You may ask yourself, well, how did I get here? Der 1.1.2012. Ich sitz hier drin und das ist das Feuerwerk. Wo ist Kate? Die steht vor dir, Mann. Das sind sie. Du, Kate H., bleibst meine beste Freundin. Gerade wegen dieser Narbe. Bitte sagen Sie für heute alle Therapiegespräche an. Das ist ein Test. Du bist nicht Kate. Kaffee. Ich weiß nur, dass dieses Widerspenstige das... ...was ich bin. Ich krieg das wieder. Okay, ein Rehab-Pro. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Dass ich mich nicht im Griff hab, heißt doch, dass Sie sich nicht im Griff hat. Weißt du, irgendwie sind wir die Bekloppten auch lieber. Ich banne dich! Simon. Untertitelung des ZDF für funk, 2017